Nach dieser weltweiten Krise freuen wir uns schon wieder auf ein steirisches Bockhändl für die ganze Familie. Eine typische italienische Pizza mit einem Sackmatti. Ich freu mich wieder auf vertünftige Pretljasen mit einem guten Achtelwein bei einer herrlichen Aussicht. Ja, ich freu mich schon auf einen guten Kaffee und ein gutes Stückchen. Und ich freu mich schon wieder auf einen knusprigen serwischen Karpfen mit einem Erdäpfelsalat. Ich freu mich schon wieder auf ein richtig kohls Bier und ein gescheites Bummerl. Also ich freu mich schon so richtig auf eine steirische Pizza und ein guter Müllspeis. Und ich freu mich schon richtig auf. Ein softes Stück mit einem guten Glas Rotwein. Wir, St. Martina, jetzt leid, freien und schon wieder auf euch. Ich freu mich schon wieder auf euch. Ja, ich freu mich schon wieder auf euch. Vielen Dank.